Hallo und herzlich willkommen hier zum Post-Merge-Update zu Ethereum. Wir haben es von Vitalik Butadin gehört. Er hat selbst geschrieben, and we finalized happy merge all. This is a big moment for Ethereum ecosystem. Also, wir haben den Merge wirklich geschafft. Es gab zumindest, es stand jetzt, keine größeren Fehler, keine größeren Bedenken. Vielleicht wird im Nachhinein nochmal irgendwelche Kleinigkeiten aufgedeckt. Aber prinzipiell läuft das Ethereum-Netzwerk jetzt auf Proof of Stake. Und genau darum wird es heute natürlich auch nochmal gehen. Wir werden uns den On-Chain-Daten, die eine oder andere Statistik anschauen. Die sehr interessantesten vielleicht jetzt nochmal zeigen wird, was wirklich jetzt hier passiert ist bei diesem Merge. Danach wird euch Liam natürlich nochmal einen Chartüberblick geben. Wird über die wichtigsten Price-Targets reden. Die wichtigsten Support- und Resistance-Zones. Und danach wird auch Liam, weil Timo heute leider ein bisschen Zeitstress hatte. Deswegen konnte er nicht den News-Part für euch aufnehmen. Aber deswegen wird Liam für euch auch nochmal über die News, die jetzt nach dem Merge rausgekommen sind, sprechen. Das heißt, bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Denn das ist wirklich eins der interessantesten und, ja, ich würde sagen, relevantesten Videos, die wir auf diesem Kanal bisher gebracht haben. Wenn ihr generell noch nicht so ganz mit euch mit dem Merge vielleicht beschäftigt habt, wir haben gestern Abend noch kurz vor dem Merge nochmal ein Video mit den wichtigsten Fakten zum Merge. Also wo wir ein bisschen erklären, was passiert da überhaupt, was sind die Vor- und Nachteile davon. Und wir auch nochmal auf die Thematik zentralisiert und gegen dezentralisiert eingehen. Wenn ihr das Ganze anschauen wollt, wir haben gestern, wie gesagt, ein extra Video hochgeladen. Gerne vorbeischauen, gerne ein Like da lassen, einen Kommentar da lassen. Freut uns immer extrem. Und natürlich für alle, die neu hier sind, gerne Kanal abonnieren. Wir laden jeden Tag, sieben Tage die Woche um 14 Uhr spätestens ein Krypto-Update zum Markt hoch. Normalerweise Bitcoin jetzt, klar, bei Merge natürlich auch mal was zu Ethereum. Aber ich würde sagen, wir starten auch jetzt sofort in das Video rein. So, und wir wollten ein bisschen On-Chain-Daten, da hatten wir jetzt nochmal den Exchange-Inflow von Ethereum anschauen. Und da sieht man ja sofort, dass wir natürlich hier einen massiven Inflow gerade ganz kurz vor dem Merge heute Morgen gesehen haben. Meiner Meinung nach ein ganz klares Zeichen dafür. Viele Leute wollten einfach, ich sag jetzt mal, vorbereitet sein. Das heißt, wenn etwas passiert, könnte man gegebenenfalls schnell noch verkaufen. Falls jetzt man merkt, dass der Preis zurücksetzt, dass er ein Sell-the-News-Event wird. Oder natürlich auch andersrum, dass man schnell Long-Positionen öffnen könnte. Beispielsweise, wenn es jetzt extrem nach oben pumpt, der Kurs. Also die Leute wollten sich vorbereiten, aber natürlich sich auch in Anführungszeichen absichern, um schneller möglicherweise zu verkaufen. Die zweite Sache, die wir uns jetzt anschauen wollen, ist nämlich der Futures-Contract Open Interest. Also einfach nur, ja, die Open Interest sozusagen, also wie viele Future-Positionen sind aktuell offen. Das ist hier gerade auf den Hubi-Exchange. Ja, jetzt einfach mal nur beispielsweise. Hier sieht man nämlich ganz klar, hier wurden massiv, also wirklich massiv, massive Long-Positionen eröffnet nach dem Merge. Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum genau jetzt? Also der Kurs ist ja nicht mal extrem stark gepumpt, nicht extrem stark abgefallen. Also was viele ja erwartet hatten, ganz klar bei dem Merge, wo es noch viel größere Fehler passieren und irgendwie, keine Ahnung. Es gab ja viele Szenarien, wo wirklich etwas passieren können, ist es zum Glück nicht. Warum wurden jetzt so viele Positionen hier eröffnet? Das ist für mich genau die gleiche Erklärung, mehr oder weniger, wie der Exchange-Inflow. Die Leute hatten Angst, dass wir so einen massiven Preistrop sehen werden. Das bedeutet, sie wollten vorher noch keine Long-Positionen eröffnen oder keine Positionen generell eröffnen. Jetzt haben, weil natürlich, ganz kurz zur Erklärung, weil natürlich die Gefahr extrem groß ist bei so einem Merge, gibt es einen Punkt, genau zu dem Zeitpunkt passiert der Merge, wenn dann irgendetwas schiefgegangen ist und plötzlich irgendwie die Meldung rauskommt, die News rauskommt, Hey, bei Merge ist irgendwas schiefgelaufen, kann der Kurs extrem schnell 20-30% einbrechen und dann ist quasi jede Futures-Position ja liquidiert. Zumindest jetzt beispielsweise, wenn es Short-Crash, jede Long-Position ist fast liquidiert, außer das wirklich ein 1er- oder 2er-Hebel. Das heißt natürlich, jetzt war diese Gefahr gebannt. Das heißt, man konnte mit viel weniger Risiko eine Position eröffnen, ohne eben Angst zu haben, dass in 2-3 Tagen beim Merge eben etwas passiert und der Preis wirklich hoch oder runter wickt und quasi alle Futures-Positions schließt. Aber genau deswegen muss man auch ehrlich sagen, es sieht jetzt erstmal für Ethereum extrem gut aus. Es wurden extrem viele neue Positionen eröffnet, Futures-Positionen, klar, die könnten auch wieder liquidiert werden, gerade wenn wir jetzt nochmal einen Preis-Drop sehen werden, weil Bitcoin beispielsweise auch nach unten fällt. Dann muss man natürlich ganz klar sagen, hätte Ethereum ein deutlich mehr Potenzial, als vorher jetzt nochmal so ein Flash-Sale zu sehen. Aber prinzipiell ist es natürlich ein extrem gutes Zeichen, dass der Merge funktioniert hat. Man sieht, die Leute sind wieder mehr confident, eröffnen neue Long-Positionen oder zumindest generell Future-Positionen. Und das ist natürlich ein extrem gutes Zeichen. Genau deswegen werden wir uns natürlich jetzt mit Liam auch nochmal die Charts anschauen, was wir da denn vielleicht sehen können nach diesem heutigen Merge. Ja Leute, und dann auch nochmal ein herzliches Willkommen zurück von mir an dieser Stelle. Ich bin Liam und wir werden uns heute mal Ethereum anschauen, denn wir hatten ja heute Morgen vor, ziemlich genau, wenn ihr das Video seht, sechs Stunden den Ethereum-Merge. Und dieser ist bis jetzt einigermaßen reibungslos verlaufen und dementsprechend wollen wir uns nochmal anschauen, was bis jetzt so passiert ist. Und natürlich, falls es euch interessiert, was insgesamt mit diesem Merge passiert ist, also was da insgesamt verändert wurde und was jetzt besser und was jetzt vielleicht auch schlechter geworden ist bei Ethereum, dann schaut euch auf jeden Fall unser zweitneuestes Video an. Link ist oben in der Videobeschreibung, denn da erklären wir nochmal genauer, was da passiert, kurz und knackig wie immer. Dementsprechend, Leute, würde ich sagen, wir fangen auch mal direkt an. Und zwar befinden wir uns hier bei Ethereum im Monthly-Chart. Und hier können wir erkennen, haben wir hier so einen riesigen Monthly-Support und dieser wurde bis jetzt auch noch nicht nach unten durchbrochen. Der wurde hier perfekt mit zwei Candles angetestet und ja quasi gebounced. Und das ist natürlich ziemlich gut für den Ethereum-Kurs, denn wir können jetzt erwarten, dass Ethereum allerhöchstens, sage ich jetzt mal, auf Monthly-Sicht gesehen nochmal so auf 1200 US-Dollar runterfällt beziehungsweise womöglich auch, ich hoffe, ihr könnt das hier erkennen, auf diese horizontale Linie bei 1050 US-Dollar. Das ist natürlich schon mal sehr gut. Somit befinden wir uns mit Ethereum in einigermaßen sicheren Gewässern und können zumindest davon ausgehen, dass auch der Merch hier, klar, wir sind jetzt hier minus 4%, das kann natürlich immer passieren. Das ist natürlich auch ein Teil, den ich dann gleich nochmal nennen werde und der auch gestern im Video gekommen ist, woran das liegt. Ich möchte aber jetzt erstmal vorgehen in ein kleineres Timeframe, nämlich auf dem Weekly-Timeframe können wir auch nochmal erkennen, dass wir hier bei Ethereum an einer sehr kritischen Resistance sind, gerade bei diesen 1730 US-Dollar. Die hatte ich in verschiedenen Videos vorher, also vor diesem Video auch schon erwähnt gehabt und da wurden wir jetzt leider bis jetzt rejected und ich denke auch, Leute, dass diese Weekly-Kendle jetzt nicht noch zum grünen Turn wird. Natürlich kann es sein, dass die Neuerungen durch den Merch äußerst positiv jetzt noch ankommen in den nächsten drei Tagen und dem restlichen Tag heute, aber ich denke jetzt einfach mal, da das hier sehr nach einer Rejection aussieht, dass das hier erstmal nicht passieren wird. Ethereum könnte uns aber natürlich auch überraschen, denn momentan ist bei Ethereum einfach sehr viel offen und wir müssen hier natürlich auch ganz klar sagen, dass die Chart-Analyse jetzt ein sehr großes Stück weit Prediction ist, da jetzt halt einfach viel durch den Merch passieren wird. Deshalb, Leute, würde ich jetzt einfach nochmal vorgehen in den Daily-Timeframe. Im Daily-Timeframe können wir erkennen, hatten wir hier ein Falling-Wedge-Pattern, das hatte ein Breakout-Target bei, ich glaube, ungefähr 2060 US-Dollar, so ungefähr in diesem Bereich hier, wurde aber leider nicht gefüllt, da wir halt hier rejected wurden an dieser Linie und jetzt haben wir halt unter uns hier noch diesen recht wichtigen Support, hier diese kleine Support-Zone zwischen 1350 und 1420 US-Dollar. Diese sollte uns auf jeden Fall erstmal drüber halten, falls Ethereum da durchfällt. Wie gesagt, Leute, sollten wir nicht weiter als 1050 bzw. 1150 US-Dollar fallen, aber dementsprechend behaltet das hier einfach mal im Auge. Ich denke nicht, dass der Ethereum-Price hier runter droppen wird. Wenn wir uns den Chart jetzt nochmal auf dem Stundenchart anschauen, dann können wir auch hier erkennen, dass Ethereum hier sehr lange heute schon an dieser bestimmten Preismarke hier struggelt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der Kurs momentan oder der gesamte Markt momentan so ein bisschen unentschieden ist, was jetzt wirklich passieren soll, gerade im Hinblick darauf, dass wir halt gerade den Merch hatten. Aber ich würde sagen, das sieht hier doch einigermaßen gut aus. Man kann hier natürlich ein bisschen was Trend-mäßig einzeichnen, jedoch lässt es hier nicht sonderlich viel übrig. Theoretisch haben wir so einen winzigen Updrain-Kanal bis vielleicht Bull-Flag, Bear-Flag. Dementsprechend könnte das hier sein, dass wir hier ein kleines Breakout nach unten haben. Das würde ich sagen, ist aber auch ganz gesund, weil ich glaube, Vitalik hatte auch gesagt, dass er erwartet, dass der Ethereum-Price etwas droppen wird. Dazu möchte ich auch direkt nochmal rübergehen zu dem heutigen News-Part. Der heutige News-Part ist nicht sonderlich groß. Wir haben nämlich natürlich nicht sonderlich viele News gesehen, denn der Ethereum-Merch ist ja zum Glück einigermaßen reibungslos verlaufen. Was wir natürlich jetzt schon sagen können, ist hier, wir haben hier einen Tweet und zwar sagt dieser Tweet oder wird hier erwartet, dass der Ethereum-Cash-Price deutlich steigt und das macht natürlich auch Sinn, denn die Miner, die jetzt ja natürlich durch Ethereum, durch den neuen Merch quasi arbeitslos geworden sind, sage ich jetzt einfach mal, beziehungsweise auf jeden Fall, auf eine andere Blockchain umsteigen müssen, auf der sie minen können, also auf der es noch Proof of Work gibt, müssen jetzt natürlich umsteigen und für diese wird jetzt wahrscheinlich Ethereum-Cash äußerst interessant. Dementsprechend wird hier erwartet, dass der Ethereum-Cash-Preis oder vielleicht sogar der Bitcoin-Preis dadurch steigen werden, dass halt jetzt bei Ethereum kein Mining mehr vorhanden ist und dass die Miner, die jetzt mit enormer Rechenzentrum-Power quasi arbeitslos dastehen, sich natürlich nach einer anderen Blockchain oder nach einem anderen Job, wenn man das jetzt mal darauf so überträgt, umschauen müssen. Was wir uns noch gerne anschauen wollen, ist natürlich hier ein paar Worte von Vitalik, dem Ethereum-Gründer, zu dem Merch und zwar hat er gesagt, das steht hier, ich möchte euch das hier nochmal kurz auswählen, kann man das hier, ich hoffe es, nee, kann man leider nicht, schade, auf jeden Fall hier in diesem Kommentar, da hat er gesagt, it has obviously been a dream for the Ethereum ecosystem since pretty much the beginning und zwar sagt er hier, dass quasi dieser Merch und dieser ganze Umstieg auf Proof of Stake seit Beginn, beziehungsweise seit Januar 2014 schon geplant oder schon daran gedacht wird, diesen großen Wechsel von Proof of Work auf Proof of Stake zu machen und das ist natürlich auch sehr interessant und dementsprechend ist das natürlich auch ein Pluspunkt, weil ich würde sagen, wenn das wirklich schon so lang, ja sag ich jetzt mal, in den Köpfen ist und so lang auch bei den Entwicklern drüber nachgedacht wird, kann das natürlich gut sein oder ist es natürlich hoffentlich jetzt auch so verlaufen, dass das ziemlich reibungslos und ziemlich erfolgreich verlaufen ist und natürlich muss man sagen, dass dieser Umstieg von Proof of Work auf Proof of Stake einen wichtigen Punkt mit sich bringt und zwar einfach, dass jetzt A, kein Mining mehr vorhanden ist und natürlich das B, ich glaube man sieht es hier schon, genau hier, dass der Merch für diese Energie, Energie Consumption, Energie Consumption steht hier jetzt von Ethereum, deutlich, deutlich effizienter geworden ist, also diese ist über 99% besser geworden, und dementsprechend Ethereum, beziehungsweise die gesamte Blockchain, verbraucht über 99% weniger Strom durch den Merch und das ist natürlich ziemlich interessant. Wie gesagt Leute, falls ihr noch mehr Informationen von dem Merch wollt, schaut euch auf jeden Fall das gestrige Video von Finn und Timo an, die haben euch da nochmal die wichtigsten Informationen rausgehauen und wenn ihr das geguckt habt, dann wisst ihr auf jeden Fall komplett Bescheid über die gesamte Ethereum-Thematik und dementsprechend würde ich sagen, danke Leute, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid, lasst uns doch gerne ein Like oder ein Abonema da, aktiviert die kleine Glocke, falls ihr nichts verpassen wollt und kommentiert auch gerne drunter, wenn euch etwas gefallen hat, ein positives Feedback oder natürlich auch gerne einen konstruktiven Kommentar, dann können wir vielleicht noch etwas für euch verbessern und in diesem Sinne würde ich sagen, haut rein Leute, ciao und bis morgen, bis zum nächsten Video.